Alli, hallo. Jo, wir sind live. Live. Hallo. Timo. Thank you very much. Was machen wir heute Feines? Was denkst du? Kick in the Box. Oh, Mixed Martial Arts. Ordentlich auf die zwölf. Unbedingt. Gleiches Programm wie letzte Woche. Es gibt natürlich immer Überraschungen, dafür bin ich gut. Das überlege ich mir dann kurzfristig, was euch so beliebt. Weil ich spüre das. Wenn ihr zu Hause mehr braucht, kriegt ihr mehr. Ihr braucht Platz nach links, ihr braucht Platz nach rechts und nach hinten. Yes. Und ansonsten haben wir... Eine Matte. Warte, haben wir. Eine Matte, wenn ihr eine habt. Eine Matte, Entschuldigung. Festes Schuhwerk, was zu trinken. Für den Superbauch. Hast du einen Superbauch dabei? Superbauch. Sixpack, Garantie. I like it. Okay. Grüße an euch zu Hause. Bleibt es mal frisch. Die Zeit vergeht wie im Nix. Und Action. Immer. Rechter Fuß nach vorn. Deckung hoch. Rechts, links. Faust zusammen. Und der DJ macht uns jetzt Party. Okay? Bereits ein. Breiter Stand locker in den Knien. Rechter Arm. Jepp nach vorn. Jepp nach vorn. Ihr müsst beim Jepp den Ellbogen nach oben schieben. Arm nach vorn. Leicht gebeugt. Stepp nach vorn. Sehr gut. Bum. Bum. Immer locker in den Beinen. Und das ist das A und O. Wir haben 80%. Baucharbeit. Konzentration. Wenn ihr wollt. Lift knee. Bum. Bum. Oder ihr bleibt in Level 1. Steppt nach vorn. Shark wave. Only Jabs. Jab cross. Wenn ihr nach vorn schiebt. Aus dem Jepp cross. Ist eine super Rotation im Körper. Das bedeutet, alle Bauchmuskeln arbeiten mit. Schiebt die Schultern lang nach vorn. Mehr Power. Ei, ei. Kombo. 1, 2, 1, 2, 3. Bum, bum, bum. Double jab. Jab cross jab. 1, 2, 1, 2, 3. Fight. Okay. 4 mehr to go. Auf die Nase. Nach vorn. Die Knöchel treffen das Gesicht. 1, 2, 3. Uppercut. Double. Pulse. Easy. Ganz smooth. What? Smooth. Das kannst du sehr gut. Ich habe deine Technik beobachtet. Heimlich. Heimlich auf Watshebuck. Uppercut heißt, aus der Körperspannung nach oben treiben. Faust ist fest. Einer mehr. Und freeze. Locker laufen. Atmen. Okay. Das ist Aufwärmen 1A. Das heißt, anteilmäßig mehr Oberkörper. Linker Fuß nach vorn. Deckung hoch. Jab nach vorn. Let's go. Super. Wenn ihr nach vorn schlagt, zieh auch schnell zurück. Mehr Twist. Mehr Punch. Mehr Step. Shadows. Through the ocean. I don't know, I don't know what you mean. Lift. Boom. Boom. Die Herzfrequenz geht nach oben. Indem ihr euren Körper mehr antreibt. Mehr Muskeln aktiviert. Yep. Chef Cross only. Schieb länger nach vorn. Schieb länger nach vorn. Level 2. Power. Sehr gut. Treib dich an. 7, 6, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Hüpp. Super. Yep. Hey. Double Jab. Schnell zurückziehen. Und beim Jab Cross Jab. Jump dir nach vorn. Bum, bum, bum. Aber cut. Puls. Easy. Beide Arme arbeiten aus der Deckung. Einer bleibt. Einer schiebt unter das Kiefer. Und der Ellbogen vom Rippenbogen vertikal nach oben. Wonderful tonight. Boom. Verbrat Energie. B. Punch. Atme tief ein. Es kommt 1B für euch nach Hause. Breiter Stand. 1B. Ja. 1B ist so diese Nummer von Beinarbeit. B für Beine. Kommen jetzt. Setz dich tief. Just in time. Und lift. Wenn du nach oben kommst, atme ein. Bauchspannung. Wirbelsäule. Leicht zum Katzenbuckel. Kinn vor die Brust. Zwei mehr. Einer geht noch. Rechter Fuß. Knie. Step. Und links. Let's go. Kick. Step. Kick. Step. Kick. Step. Kick. Punkt. Jetzt geht die Herzfrequenz wieder nach oben. Front. Punch. Step. Punch. Bum. Mehr Frequenz. Mehr Frequenz will ich heute. Bum. 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 Schneller Step. Reaktion. Aktion. Bum. Stopp. Rechter Fuß nach vorn. Roundhouse Kick. Kick. Stehen. Puls. Eins. Zwo. Drei. Vier. Bum. Wenn das Warm-Up schon passt, wenn die Herzfrequenz hoch ist, ist der Modus auf 120%. Mindestens. Ui. Stopp. Breiter Stand. Okay. Locker tiefsetzen. Knie nach außen. Wir machen einen Switch. Auf rechts. Und zurück auf links. Eins. Zwo. Drei. Vier. Eins. Zwo. Drei. Vier. Sehr gut. Einer mehr. Ein. Nie ein Front. Nie. Kick. Puls. Wechsel. Eins. Zwo. Puls. Eins. Zwo. Lass die Arme oben. Mehr Bauchaktivation. Bum. Bum. Sehr gut. Yep. Einer mehr. Sidekick nach rechts. Kick. Stehen. Puls. Links. Eins. Sie will mich wieder in die Rippen. Aber die Technik ist einfach feini, feini. Ah, Killer-Maschine. Bum. 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 Einer mehr. Linker Fuß. Roundhouse Kick. Kick. Puls. Easy. Bum. Sehr gut. Yep. Beer to go. Kick. Stehen. Puls. Bum. Bum. Einer mehr. Nie Kick rechts, nie Kick links. Puls. Und jetzt mehr Power. Zieh die Arme höher für ein Multai. Bum. Vier. Bum. Drei. Ha. Zwei. Bum. Einer. Freeze. Atme tief ein. Arme nach außen. Brust öffnen. Tief einatmen. Arme hinten zusammen. Zack, er geknackt. Hast du es gehört, oder? Ja. Dangerous. Ja, jetzt ist er warm. It is a warm, but it is wonderful. Okay. Jetzt kommt Oberkörperparty. Das heißt, ihr braucht den Uppercut, ihr braucht den Hook. Okay. Breiter Stand. Rechter Fuß nach vorn. Und jetzt brauchen wir Party DJ. Super Party. Give me that beat. Ihr schaut zu, was kommt. Triple Upper. Puls. Okay. Eins, zwei, drei. Eng am Körper. Feuer. Und das heißt für euch. Das ist ein In-Fight. Euer Gegner ist nah am Körper. Und das Kiefer. Und zwar mit Power. Aus dem Bauch. In die Schultern. Übertragung. Aufs Kiefer. Hopp. Einer mehr. Okay. Ohne Puls. Dauerfeuer. Bedeutet immer so ein kleiner Step nach vorne. Ihr geht in den Gegner rein und geht zurück in die Deckung. Sehr cool. Sehr cool. I like. Super cool. Super. Mit harte B. Einer mehr. Uppercut-Segel. Getreift den Uppercut. Ferse anheben. Bauchspannung. Entladung nach oben. Wechsel. Wechsel. Ah. Schwinger. Rechts, links. Easy. Ganz easy. Ganz locker. Atme wieder tief ein. Wenn du den Hook schlägst, dreh dich aus. Und bring den Ellbogen auf Schulterhöhe. Bauch aktivieren. Ferse raus. I like your Technik. Schau, was kommt. Eins, zwei, Double-Check. Bum. Bum. Sehr gut. Wir haben eine Kombo und wir bauen auf. Und die Kombo besteht aus einem Triple-Upper-Cut. Einem Hook rechts, links. Und vier Checks. Ey. Beine Beinarbeit. Ich hör's, ich hör's. Triple-Upper. Eins, zwei, drei. Hook. Check. Vier, drei, zwei, vier, eins. Eins, zwei, drei. Zack. Zack. Und da hat der Gegner keine Chance. Denn er ist unter Dauerfeuer. Fock, fock, fock. Boom, boom. Nehmt euch die Zeit für die Schwingers. Jetzt. Gib mir den Beat. Komm. Wir laufen. Wuhu. Bah. Bam. Sehr cool. Wenn du mehr Power aus den Beinen brauchst, schieb tiefer. Schieb die Knie weiter nach außen. Oh, yeah. Hahaha. Da geht noch einer. Ready? Upper-Cut. Nur rechts. Und ihr dürft in jedem Punch ausatmen. Und ihr dürft die Körperspannung spüren. Dreh dich mehr aus. Links. Puls. Boom, boom. Full Gas. Kipp da ein Gas. Ja, gib mir den Beat. Gib mir den Beat. Are you ready? Vier, drei, einer zum Himmel. Bumm. Komm, hier. Bam. I like. Hahaha. Okay. Anderer Fuß. Tegung hoch. Triple Upper. Puls. Jep, 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 jep. Bleib dabei. Atmen, Beat. Atmen, Punch. Hahaha. Ready? Yes. Oh, der Puls. Immer so ein kleiner Step nach vorn reicht. Standbein ist hier. Brust ist stolz. Ellbogen eng. I like it, Raffi. Gib mir den Ohr. Vier. Drei. Zwei. Uno. Linker Upper. Und da könnt ihr euch auspowern, Leute. Ihr könnt zu Hause draufhauen. Ihr braucht keinen Platz. Ihr braucht nur Power. Rechter Arm. Und mehr Twist heißt, mehr Aktivation für viele Muskeln. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Stinger links, rechts. Easy. Atmen. Frisur und Outfit richten. Zack. Ach so, oder? Ja, genau. Mehr davon. Und die Kombo, die erste Kombo kommt, natürlich, es folgt auf dem Fuß. Have a look. Eins, zwei, Double-Check. Go. Und schon haben wir Oberkörper und Beinarbeit verbunden. Check. Ihr müsst beide Beine nach außen checken. Ihr müsst den Bauch einziehen, den Arsch in den Keller, die Brust anheben. I like it. Very much. Mixed Marshall. Triple Upper. Schwinger. Beer Checks. Eins, vier, drei, zwei, eins. Boah, boah, boah. Chuck. Chuck. Ihr müsst den Knockout spüren. Ihr müsst die Power im Oberkörper spüren. Spannt die Muskeln. Von der Fußspitze in die Fingerspitze. Ei, ei. Immer da, immer da. Gib mir den Beat. Immer da, immer da. Aba, links. Ah. Mehr Twist. Mehr Power. Spann den Oberkörper. Spann den Bauch. Wechsel. Bumm. Ah. Komm, komm. Acht, sieben, sechs, eins, vier, drei, zwei. Bumm. Triple Puls. Easy. Finale für euch. Atme. Atme. Schön locker auslaufen. Der Gegner ist schon weich. Aber wir müssen den Teig noch ein bisschen kneten. Der weint schon. Little Big Rainy Man. Einer zum Himmel. Bumm. Ach, Himmel. Ja, das ist er. Das ist er. Es kommt Tekkondo. Yes. Und ein bisschen Karate an die Schlussen aus. Beine. Das hat das letzte Mal schön wehgetan. Thank you. Kompliment from you. Breiter Stand. Etwas tiefer setzen. Deckung hoch. Ellbogen hoch. Backfist. Bumm. 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 Und jetzt den bösen Blick aufsetzen. Welcome to the party! Back kick! Das ist es! Wenn ihr den Kick setzt, versucht nach dem Backfit die Hüfte nach vorn zu treiben, Brust stolz und kickt den Gegner weg. Single time! Lass die Arme mitschwingen! Fühle die Balance! Fühle die Party! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwo! Freeze! Sehr stark! Gleiche Seite? Gleiche Seite Diesel! Jetzt kommt Karate! Karate! Atme tief ein! Attitude! Setz den Körper und erde dich! Zeig ihm den Radius! Halt! Stopp! Kommst du hier, Ryan, bist du fällig! Karate Punch! Ausatmen! Und das hintere Knie setzt dir leicht tief! Dreh aus! Schieb die Hüfte nach vorn! Gerade zum Gegner! Bah! Lift Front Knee! Lift! Punch! Lift! Punch! Lift! Und das ist ein Crunch! Das ist Baucharbeit! Ausatmen! Danach Six Pack! Ich sag's euch! Front Kick! Bam! 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 Ihr macht ihn erst weich! Er kippt nach vorn! Windelweich! In die Magengrube! Kommt nach vorn! Ready to take off! Yes! Single Front Kick! Level eins! Einfach nur aus dem Standbein locker nach vorn! Sehr gut! Wichtig ist bei euch, dass die Arme immer mitarbeiten! Aktivieren den Körper in der Mitte! Level zwei! Jump! Greif an! Greif an! Ah! Greif an! Ah! Sieben! Sechs! Fünf! Weitermachen! Drei! Stopp! Coole Nummer! Geiles Ding! Super tolles Ding! Halbzeit, oder? Breiter Stand! Ding Ding! Ja! Hallo, jemand zu Hause? Seid ihr noch da? Breiter Stand! Deckung hoch! Ihr dreht aus und kippt nach vorn! Elbogen hoch! Check! Check! Check one! Check two! Mike Mike! DJ! Für mehr Länge schiebt nach vorn! Boom! Kick! Boom! Jetzt schon! Hey! Ready! Woohoo! Fight! Ihr müsst immer tief in euer Stand ziehen! Das heißt, ihr seid geerdet! Und arbeitet hier raus! Ihr hebt euch! Schlagt auf die Schläfe! Ja! Und kick ihn weg! Haha! Ja, komm! Only! Single! Bam! Bam! I like, I like! Wum! Hahaha! Die durch! Wenn ihr wollt! Jump! Jump it! Ah! Haha! Freeze! Woohoo! Woohoo! Breiter Stand! Erde dich wieder! Karate! Ich bin geerdet! Karate Fatty! Das ist wieder! Halt! Stopp! Finger zusammen! Faust an die Hüfte! Zeig ihm! Komm hier rein! Und du bist fällig! Boom! Boom! Puh! Puh! Ausatmen! Puh! Puh! Mach nochmal! Puh! Lift your knee! Punch! Lift! Punch! Lift! Punch! Jump! Black! Hair! Jetzt wird's gruselig! Jump! Lift! Boom! Level 2! Kick! Pa! Kick! Pa! Kick! Endurance! Ausdauer! Wiederholung macht den Meister! Boom! Check it off! Singles! Lasst die Arme schwingen in Level 1! Gezieht rüber! Schiebt die Hüfte vor! Kick ihn weg! Und versucht das Knie nach erst oben zu bringen! Oben! Jump it! Mit! Das ist schön! Ja, das ist wundervoll! Wundervoll! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Freeze! Very nice! Trink dein Schlückchen! Denn es ist Zeit für Zärtlichkeit! Äh... Nee! Doch! Nee! Ähm... Optional! Ein Handtuch! Knie bleiben am Boden! Beim Running Man! Oder wenn wir in den Check gehen! Bedeutet für euch! Beim Mountain Climber! Crunch nach vorne auf den Knien! Im Check! Out! And in! Der Rest sind Push-Ups! Die könnt ihr auch auf den Knien machen! Push-Ups! Oh! Unser Conditioning-Teil! For you at home! Welcome! To Level 5! Prost nach vorne! Ich freue mich schon! Knie raus! Oder Knie am Boden! Was machen wir? Easy! Knie raus! Langsam! Clim it! Rechs! Und dann! Links! Rechts! Links! And! I wanna give you every chance! Ich gebe euch die Möglichkeit, euch auszupowern, Raffi, wenn ihr wollt, sowieso. Pass auf, Freunde, zu Hause. Wir haben noch eine lange Zeit miteinander, okay? Shake your feet out and in. Eins, zwei, eins, zwei. Oder tap, oder tap. Auf den Knien auch. Auf den Knien, mäglich. Geht alles. Such dir aus, welche Option du brauchst. Aber Challenge heute. Achtung. Gehst du ins Limit, oder? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push. Jawohl. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eins, zwei. Let's run. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push. And push, oder? Knie rauslassen. Hey. Wide push up. Let's go. Nur push ups. Auf den Knien. Ganzer Weg. Atme. Acht mehr. Halt die Körperspannung. Halt die Körperspannung. Das ist gut. Stopp. Stopp. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance. And I'll stand the best. Easy run. Okay. Wir haben ein bisschen Kraftarbeit vollzogen. Konditionsteil jetzt. Wir setzen nochmal einen Peak. Easy Burpees. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Optional. Wandern. Seid ihr auf oben? Okay. Chaps bei der Stamm. Superheroes. We are superheroes. Knie nach außen. 8 Chaps. 1 Burpee. Bring it. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Go. Boom. Hopp. Sehr gut. Nur noch Jabs. Superheroes. I like. Grinsen. I like the way we move. Keep moving. Und stopp. Hand hoch vorbereiten oder matte. Alles von vorne, ha? Ähnlich, ähnlich. Überraschung. Uh. Zweite. Okay. Wir gehen jetzt in die engen Pullshops. Daumen zu mir. Ellbogen an den Rippenbogen. Okay. Easy auf den Knien. Tief, hoch. Und das heißt, Muskulatur, Beanspruch, aber tief einatmen. Muskelkater, Option hier. Push, roll. Push, roll. Pupp. Pupp. Versuch, exklusiv in deinem Körper nach hinten zu ziehen. Pupp. 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 Und jetzt kommt, Cardio Peak. Finger zu mir. Brust nach vorn. Speed Climber. Wenn ihr im Mountain Climber seid, Handfläche unter der Schulter. Brust nach vorn. Bauch spannen. Arschbacken zusammenkneifen. Flach über den Boden. Pupp. Check your feet out in. Oder tap. Tap. Geht alles. Enge Push-ups. Passt sie doch mit Absicht. Leute, wenn ihr Kampfsport machen wollt, rockt your Muskeln. Stopp. Aufstehen. 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 Okay. Schauen wir, was kommt. Easy. Jump rechts und links. Nutzt die Arme. Geht tief in den Keller. Zieh nach oben. Lande soft. Beide Beine. Superheroes. Zoom. Womp. Womp. Beide Beine verlassen den Boden. Beide Beine landen. Wer kommt höher? Wer kommt höher? Hey. Ja. Womp. Stopp. Easy Run. Euer Finale heißt Triple Run. Auf einer Seite. Eins, zwei, drei. Grimmsch. Womp, womp, womp. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Womp. Womp. Versucht immer, schnell zu arbeiten und im Letzten einen schönen Crunch zu machen. Womp. 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 Easy Run auf der Stelle. Schöne Auslaufen. Okay, Level zwei. Cross. Cross. Vier. Drei. Zwei. Eins. Abstützen. Tiefe Einatmen. Ach so. Es war Schnauzpause hier unten. Wir haben kurze Pause. 30 Sekunden. Trinky, trinky. Trinky, tranky. Tranko. Trinky, die, die Trinkening. Guck, gluck, gluck. Ich muss die Frisur richten. Paris. Frisur hält. Nee. Sturm, Schnee. Ich baue mal wieder einen Friseur. Ich schneide deine Haare kostenlos. Schreib mir. Schreib mir. Schreib mir, ich brauche. Okay. Schreib dem nicht. Wir machen weiter. Los. Was kommt jetzt? Was denkst du? Irgendwas Schönes. Was kommt? Was kommt? Wisst ihr was? Ah ja, Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai. Muay Thai. Ich weiß es, ich weiß es, Muay Thai. Okay, let's sitz. Fünfbreiter Stand. Are you ready? Muay Thai heißt viel Baucharbeit. Umso höher die Arme, umso mehr Arbeit hier. Umso mehr Power in den Knien, umso mehr Arbeit hier. Umso mehr, desto mehr 6-Pack. 1, 2, yeah. Oder 8-Pack. 10-Pack. Was? Jump it. Jump it. Es reicht auch ein kleiner Hops zum Aufwärmen ins Muay Thai. Hey, Party People. Und ich sag heut gar nix über Muay Thai. Komm, komm. Ich sag nix über Muay Thai und nix über die Menschen. Nee. Wir ziehen nur durch. Keine hat auf. Ich zeig die Kombo. Okay. Double rechts. 1, 2. Double rechts. 1, 2. Zwei rechts und dann rechts und links. Ein Double and a single one. Baby, check it out. In English, please. Bitte? Ihr müsst den Crunch arbeiten lassen. Ihr müsst die Arme von oben nach unten ziehen. Freeze. Single. Single. Auf der Stelle, wenn ihr wollt. Oder jump. Ja, jump, jump. Oder jump and run. Ja. Run. Lauft bei euren Nachbarn weg. Lauft. Lockt um euer Leben. 4, 3, 2, 3. Breiter Stand. Ganz locker und entspannt. Ellbogen. Easy, easy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich zeige euch was zum Ellbogen. Der Ellbogen kommt aus der Deckung mit angelegten Fingern. Erst nach oben und dann cruncht ihr. Und zwar über die Nase. Sehr cool. Level 2. Jump in. Kombo. 1, 2, 3, 1, 2. Triple. I like, I like. Double back. Big. Lauter. 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 Omni. Level 2. Triple. Little. Big. I. Hopp. Power. Ellbogen muss auf Schulterhöhe. Über die Nase vom Gegner flitzen. Klack, klack, klack. 1, 2. Ich zeige euch Level 3. Boom. Yeah, yeah, yeah. Ja. Easy. Hüft frei. Singles. Level 1. Level 2. Jump. Level 3. Party. Party, party. Hey. Zieh hier zur Hüfte. Boom. Ich ride zu dich. Pause. Short Break. Der Break? Short Break. Okay. Hüftbreiter Stand. Arme hoch. Atme. Double. Double. Schnaufen. Gut, dass ich die Lider immer verdoppelt habe. Super. Jump. Hep. Hep. Sehr cool. Sehr cool. More plastic. Na. Schau, die Combo. Achtung. 1, 2, 3, 4. Einfach mal anders zählen. 1, 2, 3. Geht auf. Es geht ein Doppel. Es geht ein Doppel. Und links, rechts. Ei. 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 Jetzt aber. Fah. Singles. Singles. Rechts. Atme. Crunch. Arme hoch. Easy. Oder Jump. Oder Run. Ball. Da bin ich Gegner. Ah. Hey. Freeze. Den legen. Ukulele. linker Arm. Linker Fuß. Ich weiß, was kommt. Erholung. Jetzt zieht hoch. Das Ende. Das Ende ist der Anfang. Ei, ei, ei. Wenn ihr den Ellbogen hoch habt, dann kommt die Power. Schau, was kommt. 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Geschrei, geschrei. Laura. Laura. Ja. Oh, yes. Schau, yes. Triple. Little big. Die den Ellbogen hoch. Die den Ellbogen hoch. Mehr Crunch. Bei Level 2. 3. Ja. Boom. Single. Link. Rechts. Level 1. Arme hoch. In die Höhe. Ist ein bisschen Baucharbeit. Jump. Ist Bauch und Cardio. Jump and Run. Is the very best. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Päuschen. Päuschen trinken. Short break. Okay. Ich habe gehört, jetzt kommt die Wampe. Was? Wampentraining. Nein. Jetzt kommt Rafis Lieblingslied. Lunch. Ah ja. Ah. Ich wollte es schon verdrängen. Rechter Fuß nach vorn. Deckung auf Schulterhöhe. It's Capoeira time. DJ now. Ich verbessere. Das ist wirklich mein Lieblingstrack. Coole Moves. Capoeira step. Hey. Hey. Das Lied macht richtig Spaß. Ja. So ein Beinfinale. So ein Beinfinale. Break ist vorbei. Yep. Linker Fuß nach hinten. Puls. Easy Puls. Bleib im Keller. Bleib im Keller. Bleib im Keller. Ja. Achtung. Eins. Zwo. Easy Puls. Locker. Tief. Hoch. Tief. Eins. Zwo. Und die Arme hoch. Und wer will. Tief im Keller. Ah. Beast Mode. Capoeira. So schön. Ja, es ist auch schön. Kurzes Lied. Weil sonst wäre es noch böser, richerer. Böser, richerer. Puls. Easy. Wusste ich. Habe ich kommen sehen. Er kommt. Er kommt. Und nämlich nur der Jump. Scissor. Arme. Arme. Hier. Sind da. Bei dir auch. Wir sehen dich. Wir sehen dich. Ja. Oh yes. Oh yes. Doppelpuls. Let's go. Und es muss hier brennen. In die Warte brennen. Es brennt. Hinschalte. Es brennt. Ja. Wo ist dein Puls? Capoeira. Gut. Kommt jetzt die andere Seite. Stopp. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Wir lassen es brennen. Das ist gut. Linker Fuß. Breiter Stand. Deckung hoch. Capoeira. Hey. Hey. Paul. Long black ones. Raffi. I like the way you move. Gleichfalls. Stopp. Puls. Weitere im Keller. Spannung hier. Spannung hier. Arme hoch. Eins. Zwo. Pull. Let's go. Irgendwas mit Aches. Der Ache heißt. Ich verstehe es nicht. A little bit ache. Oder a little bit ache. Ich verstehe kein Wort. Versteht ihr das? Schreibt uns was, die singt. Hahaha. Hahaha. Jump. 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 Step out. Heute bin ich müde. Heute kann ich. Kein Capoeira in die Sand. Kein Capoeira in die Sand. Nächster müde. Stopp. Puls. Arme. Easy. Arme. Uben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Jump. Ah. Haha. Hahaha. Keiner hält auf. Ah ah. Eins. Zwo. Puls. Haha. Ah. Vier. 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 Drei. Zwei. 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 Last one. Ah. Camoeira style. Oberschenkel, I love it. A little bit with the Vorschlaghammer auf die Meisel drauf. Und Stopp. Jetzt aber die heißersehnte Wampe. Wampe Training. Dafür brauchst du Uno Matte. Uno Matte. Ein Schluck Trinkening und ein Legening auf Mattening. Jetzt rede ich schon so wie du. Madame de Virus. Let's go. Drücken auf die Knopf. Ja, mutiert. Komm in die Plank. Knie weg vom Boden. Dein Körper eine Linie. Popo unter den Schultern. Step out. Step in. Out. In. Immer und wechseln. Jetzt schauen wir beim Timo. Deine Hüfte bleiben fest. Wichtig. Speed it up. Wir machen Jacks. Out. In. Out. Schon wieder. Schon wieder, weil es so schön ist. Oder wandern. Optional. Wandern. Bleib, bleib, bleib. Bauch fest. Vier. Drei. Zwei. Eins. Stopp. Komm in die Plank. Auf den Ellenbogen. Halte. Halte. Wir rotieren zur Seite. Hoch. Hoch. runter. 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 Seitenwechsel. Dürr dich einmal komplett. Hallo. Ries itch. Ellenbogen. Unter der Schulter. Wichtig ist, deine Hüfte bleibt hier oben. Die will zur Decke. Oben. Oben. Stopp. Pulsier nach oben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und an den Seiten. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nochmal. Zwei. Eins. Letztes Mal. Liegestützposition. Diagonal Mountain Climber. Mit dem Beat. Dein Knie will diagonal vor zum Ellenbogen. Ganz vor. Einmal. Die soll sich berühren. Sehr gut. Bleib. Bis es brennt. Bis du aufhören willst. Hey, wie lange noch? DJ. Verwirrung. Und stopp. Ach, es ist schon vorbei. Egal, wir hatten jetzt 45 Minuten. Wir hatten... Sixpack Training. Wir hatten 45 wie 55,5. Drop the cooldown, würde ich sagen. I like. Very hot. Dollest thing. Gute Kiste. Gute Kompitrainerin. Bald. I promise you. Was machen wir? Cool down. Ach so. Wenn. Ach, Menno. Jetzt habe ich gerade so in euer Wohnzimmer reingeschnuppert. Es ist gerade gemütlich geworden. Wir können ja schon mal in der Kindspose verharren. Stirn ablegen. Bisschen. Chili milli. Hör auf jetzt, Timo. Schau auch nicht unter dem Arm durch. Nein, ich sehe es nicht. Nein, vorall dich ruhig jetzt. Das ist eine Lüge. Weiter Ausfallschritt nach vorne. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsübung. Schieb die Hüfte vor. Leg die Arme ab. Halber Spagat. Da. Oh, verdammt. Zieh das so. Zieh die Zehen vorne an. So, oder? Runner Stretch. Jetzt wieder deine Action. Wie immer. Angeber. Aber wir wollen ja stolz bleiben. Ja, genau. So, stolze Brust. Langer Rücken. Switch the sides. Ausfallschritt. Dunk. So entspannt. So kann ein Abend auch ausklingen. Zieh die Zehen an. Ja, was gibt es Besseres? Ja. Wie mit Sport den Abend ausklingen zu lassen. Da könnte sogar noch ein bisschen was Naschen. Eben, ihr dürft eh kein Zuhause reinlassen. Also freut euch, dass wir da sind. Ich will es positiv verkaufen. Ich will motivieren, Timo. Gäh? Alrighty. Ups. Steh auf. Oberschenkel Vorderseite. Zu Befehl. Los. Schau, wie entspannt die Musik ist. Direkt Wellness-Feeling. Andere Seite. Was machst du da? Was machst du da? Nein. Gsch. Fuß hinten rum abstellen. Rippenbogen öffnen. Schau mal hoch zur Decke. Ohne zu wackeln. Andere Seite. Schön, schön. Friseur, wo bist du? Komm, schreib mir. Wie gesagt, schreib mir in die Kommentare. Ich mach das kostenlos. Einmal mit. Shoulders. Bizeps und Trizeps geht auch noch. Machen wir alles noch. Und dann, wir machen Bizeps. Ihr könntet auch noch hinten rein, wenn ihr noch nicht schlafen wollt. Was könntet ihr? Yoga. Yoga machen. Hinten dranhängen. Habt dich auch lieb. Trizeps. Ich mach Trizeps. Andere Seite. Trizeps. Ja, Lachen ist gesund. Zum Schießen, ja. Und macht die Bauchmuskeln auch frisch. Habt dich auch lieb. Hinten rein. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Hammergeil. Mit dir immer. Boom. Tschaka. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Haut rein. Und ich denke einfach, nächste Woche. Wir sehen uns. Wir sind hier. Vielleicht mache ich was Neues für dich. Oh. Überraschung. Ja. Ciao. Stay with the fight. Jetzt weiß ich wieder, wie es heißt. Für die. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Kowski. Raus jetzt. Adiosos. Jetzt kommt's, reicht's. Haut ab. Tschüss. Tschüss.